Hallo, mein Name ist Marcel Janssen und ich wünsche ABC4Kids alles Gute mit der Bildbahnaktion für ein Herz für Kinder und hoffe, dass ich einen Teil dazu beitragen konnte, dass die ganze Aktion eine runde Sache wird. Eines meiner Lieblingsbilder, weil es erstens das ausstrahlt, was ich als Kind auch erlebt habe, nämlich dass ich eine sehr gute Kindheit hatte und ich war ungefähr drei Jahre auf dem Bild und das war bei meiner Tante am Reitstall sozusagen, hatten viele Tiere da und ich habe das ausgewählt, weil mich das eigentlich ganz gut widerspiegelt. Ich bin ja selber auch Hundeverrückt und auf dem Bild war es dann zufällig gerade eine Ziege, die da war und das erinnert mich eigentlich immer an meine Kindheit und ist so ein positives Bild. Deshalb habe ich das gewählt. Was ich eben geil finde und warum ich auch mitgemacht habe, ist erstens klar, weil es ein Herz für Kinder ist, aber andererseits auch, weil die Idee einfach geil ist. Zu sagen, irgendein Bild aus der Kindheit und das versuchen eins zu eins nachzustellen, ist irgendwo, finde ich, als Idee einfach total witzig und total cool. Bitte schön. Ich bin ja zum nächsten Mal. Watch out. Tschüss. 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 Tschüss.